So Freunde, da sind wir wieder zurück zu Tales of Vesperia hier auf meinem Kanal. Wir sind hier im Schloss Safias und wir müssen halt entsprechend die Rätsel lösen hier. Wir müssen von dunkel nach hell, glaube ich, von 1 bis 4 alles machen. Ich mache mir nur mal kurz ein Screenshot, wie die Statuen alle aussahen. Und wir müssen jetzt wahrscheinlich in der richtigen Reihenfolge genau diese Statuen finden und aktivieren. Das ist das Einzige, was gerade Sinn macht. Das heißt, wir müssen uns den ganzen Weg durchs Schloss zurückschlagen, weil zwei haben wir hier oben gehabt und zwei im unteren Anfangsbereich. So viel weiß ich noch. Aber wo da genau? Wird schwierig. Ich glaube, der erste könnte hier unten links gewesen sein, oder? Schauen wir mal. Das ist doch der erste, oder? Ah ja. Ist nicht der richtige gewesen? Ich glaube, der erste ist ja auch nicht der richtige und der zweite ist. So, warte mal auf den Weg nach hinten. So, warte mal auf den Weg nach hinten. So, warte mal auf den Weg nach hinten. So, dann, ja, ich bin da hinten auf den Weg nach hinten. Ich muss da in die Zeit und ins Börse zu bearbeiten. Das war's für heute. Es ist ja halt ein Hellermann. Oh, ich kann es nur verschieben. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Wo ist jetzt die zweite Statue? Ach, da rechts. Na ja, genau. Ich will mir erst mal heilen gehen und dann mal schauen. Ah, wieder Sachen kaufen. Oh, ich weiß. Oh, ich weiß. Oh, ich weiß. Da muss ich mal gucken, ob das jetzt wirklich der zweite ist. Ne, das sind alle oben, ne? Ja, das sind alle Flügel oben. Das kann also nicht sein. Äh, scheiß Rätsel. Hier lang, dann wieder da rein. Warte mal, geht's eigentlich hier nicht? Ah, okay. Natürlich. Natürlich. Oh! 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 Manft lächelt, wird sich die erste Tür öffnen. Warte mal, das war dann quasi die erste jetzt. Okay. Ich muss das wahrscheinlich dann doch anhand der Schreibungen festmachen. Das ist jetzt die Frage. Ah, warte mal, von hell nach dunkel. Warte mal, genau. Da unten ist ja noch ein Hinweis. Nee, genau. Das ist der Halbmond, das ist der dritte. Ah, okay. Da war nämlich noch ein Viertelmond vorher. Das heißt, man muss sich ein bisschen auch auf die Bodenbilder verlassen. Wie geht es denn? Das könnte jetzt der hier links sein, weil da kam ja erst ein Monster. Genau, jetzt bist du dran. Ah, okay. Jetzt macht es Sinn. Jetzt wieder hoch, oben links und dann ganz unten rechts. Mach ihn auf, also. Aber ganz unten. Wie machen denn die anderen Ritter die Tür auf, wenn die nicht so einen Ring haben? Natürlich Natürlich Eh, ja okay, diesmal noch Platz, ich weiß ehrlich, ich glaube, ich habe keine Zeit mehr zu tun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Läuft, läuft, läuft Das ist der letzte War halt doch nicht so schwer Man musste sich wirklich nur kurz vor einem Screenshot machen Wie die Reihenfolge von den Monden waren Oder man merkt es sich halt So Hab ich eigentlich schon fertig? Oh, ich hab ja fertig schon Ja gut, das ist echt dritter Schwert Jetzt haben wir noch deinen Nomos Und Tabar Kombo Plus für Rita als nächstes Was ist das? Das war's für heute. So, es ist das? So, ich hab's gebeten. Ich hab's gebeten. Und ich hab's gebeten. Ihr habt unser Leben an. Ihr habt ein Gebeten. Ich habe noch einen Gebeten. Ich bin ein Gebeten. Das ist ein Gebeten. Es ist ein Gebeten. Echt jetzt, also ich brauche noch einen. Es ist halt doof, die schwächeren Gegner waren woanders. Nehmen wir dich. Und dann, also ich brauche noch einen. Das war's für heute. Das ist der Fall! Du bist auch der Fall! Du bist auch der Fall! Das ist alles! Kambo plus, da haben wir es doch schon. So, das passt. So, dann hoffen wir, dass wir jetzt sofort Alexei dann treffen dort oben. Muss ich jetzt da auch noch mal gegenschießen, oder? Ah, noch mal was zum Speichern. Sie hängt auch schön nach einem Monster Boss. Zumindest ist hier Ort-Finale. Es gibt halt noch so viele Sachen, die wir noch gar nicht richtig erkundet haben. Ich überlege gerade, nehme ich Harol raus für Raven. Ja, besser ist. Was noch? Wer ist die Brücke hier heute? Ach, Schwertreppe war es, genau. Wobei es eigentlich gar keine Treppe ist, ne? Ist das Alexei? Ja, das ist er. Lass Estelle frei! Schwein! ... ... ... ... ... ... ... So oder so hättest du ihn getötet, ganz ehrlich. Sieht doch so aus, als ob sie eine leere Hülle wäre. Sieht doch so aus, wenn Sie das Leben haben, dann können Sie das Leben geben. Sieht doch so aus. Estelle! Nathal. Ester, wie ist das denn? Warte, er hat sich gelegt. Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... Alexei! Wie ist das denn? Wie soll es? Die Frau von Hübe ist nicht so gut. Sie sind in der Systeme, wie es sich befestigt. Sie müssen die Blastia zu verletzen. Ester, bitte nicht! Sie war nicht so gut, Hübe. Sie sind auch nicht so gut, Hübe. Oh nein, ich komme nicht hier. ...Ina-Koto... ...Ziebunde選んだなら受ke入れるよ ...Ziebunde決めるってのはそういうことだ ...Mudaかどうかなんてお前に決める権利なんかないのじゃ ...Zan-Nen... ...Dokumaでも平行線か ...Yah-Mero... ヨース et... 崩壊 2. Er ist die Hände aus. 3. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 10. 10. 10. 11. 12. 11. 12. 12. Ist ja nur ein Motor gut, und er hat das Leidenschaft nur noch aufgennt. Ich bin ein Kuss-Türrisch. Kuss 3. Die Stocheando-Super-Super-Excel Divine-Eiterung! Ah ich bin ein Kuss, der Sie' sagen. Ich bin ein Kuss-Türrisch. Ich bin ein Kuss-Türrisch. Der Sie' sagen, hier bin ich ein Kuss. Kuss 3. Der Sie' sagen, dass ich mich schon hier verfolgen. Kuss 3. Der Sie' sagen, ich bin meine Mutter. Der Sie' sagen! Der Sie dich, wenn ich mich mitteil an. Ja, super. Ist da kein Objekt? Auch wollte ich schon sagen. Jetzt geht es ein, gucken wir mal, weil es falsch ist. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. War nicht genug. Hörst du mal auf, du Pfeifer? Ah, toll. Ah, toll. Warte mal, nehme ich gerade die ganze Ehr auf? Wir machen das jetzt schon wieder. Wir ziehen das jetzt schon wieder. Ah, das ist die Insel, die wir gesehen hatten. Auch das Ding haben wir schon mal gesehen. Was ist das, Aria? Das ist ... das ist das, was ich gesehen habe. Das ist das Ding, die einen Reckungsbau von Miorso glücklich ist. Echt? Ist es das? Verstehe ich ihn doch von hinten. Verstehe ich ihn doch nicht. Wenn du das Gefühl hast, dein Herz will nur schlafen. Was ist das, Alex? Sieh, geh mit! Alex! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ah! Zui! Nee? Ja? Echt jetzt? Jetzt muss ich den Kampf normal machen. Warum kann man den Speicherpunkt nicht oben hinsetzen? Ich verstehe es nicht. Naja. Dann nochmal die ganze Schoße überspringen alles nochmal. Ich verstehe es nicht. Esste! More! Ja Bezirut! 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 Ich habe es nicht gekriegt! Esste! Ich bin auf der anderen Seite! Ich bin der Fall! Daher bin ich Bist! Bezirut! Sie sind richtig... Ich bin da mal! Das ist... Esste... Oh Gott! Ich bin da... Ich bin da... Ich bin da... Schau仁! Das war's für heute. Zuba! Ich! Was ist jetzt los? Zuba! Kannst du mir doch nicht erzählen, dass er keine Chance hat gegen sie? Oder muss ich da jetzt doch deinen Nomos nehmen? Zuba! 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 PXP geht immer der erste Kampf ziemlich schnell vorbei. Zuba! 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 So... Wieder alleine? I don't know. I'm not going to die. 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 Palt! Oh, no, 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 no. Das war's für mich. Komm hier weg! Was ist hier weg, du alte Zibbe? Gehen Sie an, du Westtai! Nein, 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 nein! 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 Na dann, Freunde. Machen wir das alles in der nächsten Folge wieder weiter. Ich sage noch tschau tschau. Schaltet wieder ein und bis dahin.